Das ist ein Salzsturm, Mineralsturm fürs Viech. Die brauchen ja unbedingt Mineralien und Salz. Und das können sie da draußen an der Wassertränke. Ich trage jetzt gleich und raus. Dann sehen sie, was die daraus machen. So was. Aus einem 10-Kilo-Block. Die sind auf mich fixiert. Also, da wo ich hingehe, da gerne die. Untertitelung des ZDF, 2020